Farid ist da. Hab ich gehört. Keine Ahnung, ne? Also ich meine, Farid und ich, wir waren bisher nicht so gut aufeinander zu sprechen. Nicht, dass da irgendwie ein Problem ist oder so, aber... Unbestimmt mich noch entschuldigen bei SIDO. Es tut mir leid, ich war damals zu frech. Doch eigentlich bist du Krieg, so wie Zauber, schon weg.